Die Nukleosynthese ist die Entstehung von Atomkern. Man unterscheidet zwischen der primordialen Nukleosynthese kurz nach dem Urknall und der stellaren Nukleosynthese durch Kernfusion. Die primordiale Nukleosynthese setzte ein als die Temperatur im Universum so weit gesunken war, dass Deuterium nicht mehr durch hochenergetische Photonen zerstört wurde. Sie endete etwa drei Minuten nach dem Urknall. Die stellare Nukleosynthese findet im Inneren aller Sterne statt. Im Verlauf der Entwicklung eines Sterns gibt es charakteristische Kernfusionen. Zunächst entsteht Helium, später schwerere Elemente bis zum Eisen, wobei energiefrei wird, die der Stern als Strahlung abgibt. Für die Kernfusion zu Elementen mit höherer Ordnungszahl als Eisen wird dagegen Energie benötigt. Sie entstehen nicht bei der stellaren Nukleosynthese, sondern am Ende der Lebenszeit des Sterns bei dessen Sternexplosion zur Supernova. Das geschieht aber nur bei Sternen, die dafür groß genug sind. Die schweren Elemente werden dabei durch Protonen und Neutroneneinfangsreaktionen in PR- und S-Prozessen erzeugt. Elemente auf der Erde bis zum Eisen können im Laufe des Lebens unseres Sonnenvorgängers. In seinem Inneren entstehen alle Elemente auf der Erde mit höheren Ordnungszahlen als Eisen stammen aus dessen Supernova-Explosion. Weitere Elemente entstehen durch Kernspaltung, Entstehung Sorte chemischer Elemente, Urknall und Sterne. Chemische Elemente mit Kernen, die schwerer als Wasserstoff sind, entstehen laufend über Kernreaktionen im Innern von Sternen. Doch noch bevor erste Sterne entstehen konnten, bildeten sich im Rahmen der primordialen Nukleosynthese bereits Deuterium, Helium-3, Helium-4 sowie Spuren von Lithium-7. Diese Nukleosynthese ist Forschungsgegenstand der nuklearen Astrophysik. Sie spielt eine bedeutende Rolle im Gebiet Kosmochemie. Bei der stellaren Nukleosynthese unterscheidet man zwischen zwei Untergruppen von chemischen Elementen bezüglich ihrer Entstehungsgeschichte. Die erste Gruppe umfasst Nuklide, die durch meist exotherme Fusionsreaktionen zwischen geladenen Teilchen im Inneren von Sternen aus den leichten Ausgangsmaterialien aufgebaut werden. Aus diesen Reaktionen beziehen die Sterne ihre Energie, da die Bindungsenergie eines Atomkerns pro Nukleon bei Eisen und Nickel ihr absolutes Maximum erreicht. Heliumkerne entstehen in Sternen durch die Proton-Protonreaktion und den Beta-Weizsäcker-Zyklus. Ein weiterer wichtiger Einzelprozess ist der 3-Alpha-Prozess bei dem Kohlenstoffkerne entstehen. Weit verbreitet ist die Lehrmeinung, dass dieser Fusionsprozess mit der Bildung des Isotops Eisen 56 ende, da dieses die höchste Bindungsenergie pro Nukleon besitze. Dies ist jedoch nicht der Fall, denn zum einen besitzt das Isotop Nickel 62 eine geringfügig höhere Bindungsenergie pro Nukleon als Eisen 56. Zum anderen sind Endotherme-Prozesse prinzipiell durchaus möglich. Der eigentliche Grund für die vermehrte Bildung von Eisen 56 gegenüber Nickel 62 und das Enden der Fusionskette liegt vielmehr in den Details des Fusionsprozesses und dem starken Einfluss der Fotodesintegration in diesem Bereich. Zur zweiten Untergruppe gehören die Elemente schwerer als Eisen. Ihre Bildung erfordert Energiezufuhr. Die nötige Energie stammt zum Beispiel aus Explosionen von Sternen, Urknall, Sternentstehung und Entwicklung schon kurze Zeit nach dem Urknall entstanden bei hohen Temperaturen und Dichten vor allem Wasserstoff und Helium. Dieser Vorgang wird im Artikel Primordiale Nukleosynthese behandelt. Aus den beim Urknall entstandenen Wasserstoff- und Heliumgaswolken bildeten sich durch Anziehungskräfte erste Sterne. In diesen Sternen entstanden durch Fusionsprozesse schwerere Elemente. Der Wasserstoffvorrat der Sonne und der anderer Sterne ist zwar groß aber er erschöpft sich mit der Zeit. Wenn ein Stern in seinem Zentralbereich den größten Teil des vorhandenen Wasserstoffs zu Helium gebrannt hat endet diese erste Brennphase. Der Stern kann dann seinen inneren Druck nicht mehr aufrecht erhalten und wird unter dem Einfluss der eigenen Schwerkraft in sich zusammenfallen. Ab einer Mindestmasse werden durch die Verdichtung und gleichzeitige Erhitzung des Sterninneren Bedingungen erreicht, unter denen weitere Fusionsprozesse in Gang kommen, zunächst das sogenannte Heliumbrenn. Je nach Ausgangsmasse setzen noch weitere Fusionsprozesse ein, siehe dazu Stern. Da die Kernfusionen sehr stark von der Temperatur im Inneren eines Sterns beeinflusst werden, hängt es nur von der primären Masse des Sterns ab, bis zu welchem Grad die schwereren Elemente im Laufe eines Sternenlebens gebrannt werden können. Leichtere Sterne kommen durch den geringeren Druck in ihrem Inneren oft über das Heliumbrennen nicht hinaus. Sterne wie unsere Sonne produzieren hauptsächlich die leichteren Elemente bis zum Kohlenstoff, während Sterne, die deutlich schwerer sind als die Sonne, sämtliche Elemente bis hin zum Eisen erzeugen können. Hier endet die positive Energiebilanz der Fusionsreaktionen. Der innere Kern solcher Riesensterne besteht dann aus Eisen, ihm folgen die anderen Elemente in Schichten nach außen. Ein Wasserstoff-Helium-Gemisch bildet den Abschluss. Dass Sterne in ihrem Aufbau zuletzt einem Zwiebelschalenmuster gleichen erkannte in den 1940er Jahren Fred Hoyle, seine Berechnungen zeigten, Dass Sterne mit der fortschreitenden Aufzehrung ihres nuklearen Brennstoffs in ihrem Aufbau zunehmend uneinheitlicher werden und dass dies wieder höhere Temperaturen und Dichten in ihrem Inneren bedingt. Das Modell stimmt überraschend gut mit den gemessenen Elementhäufigkeiten im Universum überein. Wie oft sich der Zyklus aus Kontraktion, Aufheizung und Entzündung neuen, schwereren Brennstoffs wiederholt, hängt einzig und allein von der Masse des Sterns ab. Die Entwicklung der Sterne treibt die Nukleosynthese voran. Gleichzeitig bildet die Nukleosynthese den treibenden Motor für die Sternentwicklung. Eine interessante Wechselwirkung von Astronomie und Kernphysik. Ältere Riesensterne fusionieren leichte Nuklide zu schwereren Elementen wie Kohlenstoff und Silizium. Beim Element Eisen, das die am stärksten gebundenen Atomkerne im Periodensystem hat, kommt die Fusion zum Stillstand. Durch die Fusion von Eisen in noch schwerere Elemente kann keine Energie mehr freigesetzt werden. Die schwersten in der Natur vorkommenden Elemente können daher nicht aus der Kollision geladener Kerne hervorgehen. Es muss also weitere Möglichkeiten der Nukleosynthese geben, die allerdings in diesem Stadium noch nicht auftritt. Denn der Stern erlischt nun endgültig. Er zieht sich unter Einwirkung seiner eigenen Schwerkraft zusammen. Sein weiterer Werdegang hängt nun wieder entscheidend von seiner ursprünglichen Masse ab. Bei einer Masse, die in der Größenordnung unserer Sonne oder darunter liegt, wird der Stern einen Teil seiner äußeren Hülle abstoßen. Er endet als schwach leuchtender weißer Zwerg, dessen weitere Abkühlung noch Milliarden von Jahren dauern kann. Synthese über schwerer Nuklide in Supernovae hatte der Stern anfänglich eine sehr große Masse. Hier sind Werte bis zu 10 Sonnenmassen relevant. Dann schreitet die Kontraktion sehr schnell voran. Der Stern kollabiert förmlich. Bei dieser dramatischen Verdichtung wird eine ungeheuer große Menge an Gravitationsenergie freigesetzt, die für eine beträchtliche Erhöhung der Temperatur und damit für eine explosionsartige Ausweitung der möglichen Kernreaktionen im gesamten Sternvolumen sorgt. Innerhalb von ein bis zwei Tagen nimmt die Helligkeit des bis dahin unscheinbaren Sterns so gewaltig zu, dass er, wie von Tycho Brahe 1572 beschrieben, heller als alle Planeten erscheint und selbst am Tag mit bloßem Auge beobachtbar ist. Dieser gewaltige Leuchtkraftausbruch dauert nur wenige Tage. Eine Supernova ist entstanden, bei der der äußere Teil der Sternenmaterie manchmal mehr als die Hälfte seiner gesamten Masse in den interstellaren Raum geschleudert wird. In dieser explosiven Materiewolke entsteht nun die zweite Gruppe von Elementen, die schwerer als Eisen sind. An diesen Reaktionen sind vor allem Neutronen beteiligt, die im Inneren des zerberstenden Sterns unter den dort herrschenden extremen Bedingungen freigesetzt werden und als ungeladene Teilchen vielfältige Kernreaktionen auslösen können. Geraten Atomkerne in einen solchen Neutronenfluss, so fangen sie ähnlich wie in einem Reaktor, in schnell aufeinanderfolgenden Schritten etliche Neutronen ein. R-Prozess In nachfolgenden Beta-Zerrfällen entstehen aus den neutronenreichen Kernen stabile Isotope mit erhöhter Protonenzahl. Die schweren Elemente jenseits des Eisen, wie neueste Forschungsarbeiten zeigen, bilden sich in den Materieausbrüchen einer Supernova durch regelrechte Zertrümmerungen von Atomkernen auch einige seltene Isotope der leichten Elemente Lycium, Beryllium und Bohr, die bei den Fusionsreaktionen übergangen werden. Die turbulenten Zustände in den Materiewolken der Supernovae sorgen also nicht nur dafür, dass die Sterne die in ihnen gebildeten Elemente in die Weiten des Universums freigeben, sondern sie erzeugen gleichzeitig eine ganz neue Gruppe von schweren chemischen Elementen. Supernovae sind damit die Motoren eines andauernden Transmutationsprozesses. Ihr Streumaterial bildet die Ausgangsmaterie für die nächste Generation, von Sternen und Planeten. Mit zunehmendem Alter des Universums nimmt daher die Menge an schweren Elementen zu. So hat die Supernova SN 2006 GY in der Galaxie NGC 1260150 Sonnenmassen gehabt und bei ihrer Explosion schätzungsweise 20 Sonnenmassen an Nickel in das Universum abgegeben. Und das ist ein Herz, der in der Galaxie NGC 1260 g und bei ihrer Explosion saubern ist, Und das ist ein Verhandöse für die neue Elemente Läufe. Was ist das, was jetzt angeht, werden wir also an Deckung. Und das ist die Vorlage. Und das ist das, was ich in der Regel. Vielen Dank.